Im Sinne einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Kunden möchte ich Sie dazu anregen, einige Hinweise in die Korrespondenz mit Ihren Kunden aufzunehmen. Haftungsausschluss Wenn Sie als Dienstleister für Dritte mastern, ist es zu empfehlen, die CD zum Gegenhören, die Master-CD und eventuell die Abschlussrechnung mit einem Text zu versehen, der Sie vor Regressforderungen schützt. Beispielhaft und ohne Gewehr wäre dieser Text für die CD zum Gegenhören. Nicht für die Produktion. Dies ist eine 1 zu 1 Kopie vom Produktionsmaster. Bitte Vorfertigung auf inhaltliche Richtigkeit prüfen. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Folgeschäden. Die Master-CD sollte von Ihnen persönlich geprüft und versiegelt werden. Machen Sie Ihren Kunden darauf aufmerksam, dass die Master-CD nicht zum Abspielen auf Auto-CD-Playern geeignet ist und verpacken Sie sie lichtgeschützt. Wenn Sie das Master nicht direkt an das Presswerk schicken, weisen Sie den Kunden darauf hin, dass das Protokoll mitzusenden ist. Die Bitte um ein Belegexemplar wäre natürlich auch noch schön für Ihre Referenzsammlung. Ja, Sie sehen, dass das перекнизiert ist. Vielen Dank.